ja hallo ist das heimscher meyer coach diplom psychologe an verschiedenen stellen in deutschland und ja hatte gestern mal spirituelle sitzung mit jemand war auch sehr cool und das wäre heute mal wieder ein spirituelles thema es geht um achtung also ja im ernst man liest ja häufig von lichtkriegern oder viele sehen sich so als lichtkrieger und in diesen pandemie zeiten wird ja auch gern so die metapher bemüht vom kampf gegen also so star wars like licht und dunkel man sieht es natürlich auf der seite des lichts ist ja klar und meiner sicht nach ist da ist das so ein bisschen also falsch was falsch also ist glaube ich immer noch so ein denken in 3d 3d ist ja also halt viel dualität lichtung dunkel gut und böse und selbst wenn jetzt sagen wir mal das licht was immer das ist wenn sich dafür licht hält das dunkel besiegen würde wäre es immer noch also wird das ist irgendwas dunkles einfach wieder kommen weil das immer noch alles eine idee und mindset ist in 3d so ne das weil es ist immer noch so ein denken dass ein als eines akzeptabel und das andere nicht aber das ist eigentlich genau das gleiche als wenn du von dir denkst bestimmte dinge sind akzeptabel und andere nicht weil das ist genau das problem mit selbstliebe wenn du von dir denkst bestimmte dinge sind nicht akzeptabel also dass ich wieder aussiehst oder die eigenschaften von dir so ja dann werden es andere auch nicht akzeptabel finden genauso ist es aber eigentlich auch notwendig dass wir so die gesellschaft als ganzes ohne so eine verurteilung und weiß ich nicht globale verurteilung angucken und die gesellschaft als ganzes auch umarmen sag ich mal und trotzdem natürlich für uns wählen können was also welche energie wir jetzt mehr aufmerksamkeit geben wollen also und das dürfen ja gerne lichtvolle energien sein wenn wir die gut zu sagen aber es ist immer innen und außen und wenn du in dir sachen total also aus einer ganz grundlegenden art ablehnst dann müsste auch im außen auf einer ganz grundlegenden sachen weise sachen ablehnen also ganz grundsätzlich und andersrum aber auch wenn du im außen sagt bestimmte dinge sind einfach grundsätzlich böse und ja gut ich war nimmt es jetzt mal einfach so einer allgemeinen ebene ist natürlich wieder kommen ja aber wenn man xy macht das ist doch böse ja meinetwegen aber trotzdem brauchen alle teile dieser welt brauchen liebe und nicht dass wir dann hört dann dieses video mal so ne klar dass alle teile dieser welt auch die teile die crazy sachen machen bestimmt liebe brauchen und ja also und und dass das irgendwie nicht viel nützt irgendwie so wenn man sagt so bestimmte teile dieser gesellschaft oder was weiß ich lehnt man grundsätzlich ab und sind grundsätzlich nicht in ordnung wie gesagt man kann jetzt was sie tun nicht in ordnung finden so aber ich hoffe dass es das verständlich ist also dieses grundsätzliche scheint mir schon ein problem zu sein was wirklich wo in 3d festhängen und einfach nicht weiterkommen wir weil wir werden nur als kollektiv weitergehen ist meine meinung und da wird nicht jetzt gesagt irgendwie die hälfte der menschschaft ist jetzt gut und die und die anderen die lassen wir außen vor das wird nicht so passieren glaube ich nicht und also insofern ja darf man wählen darf man natürlich grenzen setzen darf man sagen bestimmte verhaltensweisen möchte ich mich nicht daran beteiligen oder finde ich auch nicht gut also ich darf auswählen für mich auswählen welche sachen ich gern leben möchte und was ich mir manifestieren möchte für ein leben so aber wie gesagt so diese kampfmetapher ist 3d also meine meinung irgendwie und ist ja also allein schon wenn man zum beispiel beratung macht ich kann ich eine beratung mit jemand also er müsste ich diese beratung ablehnen ich kann ich eine beratung mit jemanden machen den ich grundsätzlich als mensch ablehne durch und durch also ich kann natürlich verhaltensweise in dieser tod kann ich sagen würde ich es nicht gut finden aber wie soll da eine beratung stattfinden so das ist oder wenn ein kind scheiße baut lehnst du das dann grundsätzlich ab ja das sind so diese fallstrecke ne von bedingter an unbedingt liebe echten komplexes thema werde ich mich auf jeden fall mal mehr mit beschäftigen wollen und ja ich bin es mal schwer ich habe das immer so ich habe das so im kopf aber ich finde das manchmal echt schwer auszudrücken aber mich wenn ich das jetzt erzählen damit ich habe ja früher so jugendleiter und ja da hat mir natürlich auch schwierige jugendliche teilweise in den sachen die wir da gemacht haben und ich hatte teilweise sehr eindrückliche erfahrungen wenn man angefangen hat gegen die zu kämpfen weil man so sozusagen suggeriert hat wir also das war jetzt große jugendliche wir lehnen das jetzt ab wie ihr hier seid in dieser veranstaltung und kämpfen gegen euch dann wird es immer schlimmer so ne wenn man aber gesagt hat ja wir gucken mal den mensch dahinter an so ist erstmal diesen mensch anzunehmen dahinter und den mensch dahinter irgendwie zu lieben dann wird es komischerweise besser auf einmal fand ich total krasse erfahrung ja vielleicht könnt ihr was damit anfangen guckt gerne mal meine spiele kurse rein spiritualität und alles geiles leben sehr cooler kurs und auch der neue spiele 2 kurs und ja was haben wir jetzt heute müsste eigentlich samstag sein morgens lesung vielleicht gibt es noch zwei drei freie plätze müsst ihr mal schauen und vielleicht sehen wir uns da ansonsten sehen wir uns sehr bald schon mal passiert ja 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 Vielen Dank.